In diesem Tutorial werden wir eine Differenzialgleichung durch Substitutionen lösen. Es handelt sich hier um eine Beispielaufgabe, die schrittweise gelöst wird. Von Schwierigkeitsgrad kann man diese Aufgabe höchstens als mittelschwer einstufen. Bevor wir loslegen, gibt es noch eine kleine Übersicht über die Art von Differenzialgleichung, die für Substitutionsansätze geeignet sind. Es gibt ein sogenannter Typ 1, das vom Aufbau wie links aussieht, und ein zweiter Typ 2, das vom Aufbau wie rechts aussieht. Unsere Beispielaufgabe wird von Typ 1 sein. Und kleinen Hinweis noch an dieser Stelle, Beispielaufgaben zum Typ 2 oder zu anderen speziellen Differenzialgleichungen, die durch Substitutionsansätze lösbar sind, wie zum Beispiel Bernoulli-Differenzialgleichung, findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Bestimme die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung mit y' ist gleich x plus y plus 8 in Klammer hoch 2. Und damit der Lösungsweg ein bisschen besser nachvollziehbar ist, habe ich das Ganze jetzt schrittweise aufgeteilt. Und weil sich unsere Differenzialgleichung hier bereits in eine sogenannte saubere Form befindet, also bereits nach y' umgeformt ist, fangen wir natürlich mit der Substitution an. Jetzt stellt sich auf der rechten Seite die Frage, was wir eigentlich substituieren oder setzen müssen. Man könnte auch probieren, die gesamte Klammer mit der hoch 2 zu ersetzen, aber man würde schnell merken, dass man eine Funktion rauskriegt, die schwer integrierbar ist. Aus diesem Grund nehmen wir praktisch nur diesen Term in der Klammer hier, also dieser x plus y plus 8 und ersetzen es beispielsweise mit einem u. Also entsprechend lautet dann unser Substitutionsansatz x plus y plus 8 ist gleich u. Jetzt sollten wir nach y umformen. Das heißt, x und 8 gehen rüber, minus x und minus 8. Entsprechend haben wir dann y ist gleich u minus x minus 8. Und jetzt leiten wir diese Funktion ab. Also das heißt, y' ist gleich. Auf der rechten Seite haben wir u' und minus x abgeleitet ist minus 1 und die minus 8 fällt natürlich weg. Und jetzt setzen wir das alles in unsere Differenzialgleichung, die ich hier nochmal abgebildet habe. Das heißt, statt y' werde ich jetzt auf der linken Seite u' minus 1 haben und auf der rechten Seite haben wir dann entsprechend u hoch 2. Gut, diese Gleichung können wir jetzt nach u' umformen. Es hat einfach mit der sauberen Darstellung was zu tun, wie wir gleich sehen werden. Und u' ist dann u² plus 1. Im nächsten Schritt werden wir diese neue Differenzialgleichung durch Trennung der Variablen lösen. Und zwar dafür schreiben wir auf der linken Seite statt u' einfach du durch dx und die rechte Seite bleibt vorerst gleich. Jetzt formen wir um, sodass alle Terme mit u auf der linken Seite stehen und alle mit x auf der rechten Seite. Das heißt, wir multiplizieren die ganze Gleichung einmal mit dx und dann im gleichen Schritt können wir auch durch die rechte Seite teilen. Also wir teilen durch u² plus 1. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite 1 durch u² plus 1 du und auf der rechten Seite haben wir nur dx. Denkt daran, vor diesem dx hier steht natürlich eine unsichtbare 1. Im nächsten Schritt integrieren wir auf beide Seiten und zwar auf der linken Seite integrieren wir natürlich nach u und auf der rechten Seite nach x. Allerdings, hier an dieser Stelle ist manchmal auch Glück angesagt. Man kann eine Funktion haben, die man sehr leicht integrieren kann mit dem üblichen Mittel wie Substitution, partielle Integration oder mithilfe der ln-Funktion. Hier an dieser Stelle handelt es sich um eine besondere Funktion, die könnte man auf diese Weise nicht so einfach integrieren. Deshalb zur Erinnerung, rechts eingeblendet, die Stammfunktion von unserer Funktion links ist Arctan von x. Die findet man üblicherweise in jeder Merkhilfe oder Formelsammlung. Und genau diese Stammfunktion nutzen wir jetzt auch auf der linken Seite. Also wir haben dann hier Arctan von u plus irgendeine Konstante, die ich jetzt als c1 bezeichne. Und auf der rechten Seite deutlich einfacher, eins integriert ist natürlich x plus eine andere Konstante, die entstehen kann, und zwar c2. Ich habe jetzt unsere Gleichung von vorher übernommen und diese Gleichung müssen wir natürlich nach u formen. Das sieht beim ersten Blick gar nicht so einfach aus, weil u noch in diesen Arctan steckt. Allerdings werdet ihr sehen, das ist kein großes Problem. Also, in erster Reihe könnten wir diese Konstante c1 erstmal auf der rechten Seite bringen mit minus c1. Dann haben wir links nur noch Arctan von u ist gleich x plus und aus c2 minus c1 bilde ich eine neue Konstante und die nenne ich jetzt c. Jetzt müssen wir Arctan loswerden. Zur Erinnerung, hier müssen wir das Prinzip einer Funktion um Umkehrfunktion benutzen. Das heißt, so wie Arctan die Umkehrfunktion der Tangensfunktion ist, ist auch die Tangensfunktion die Umkehrfunktion von Arctan. Das heißt, auf beide Seiten müssen wir die Tangensfunktion anwenden. Dann werden wir diesen Arctan los. Auf der linken Seite steht dann natürlich nur noch u und auf der rechten Seite haben wir einfach Tangens von x plus c. Da wir jetzt u haben, können wir im nächsten Schritt resubstituieren. Zur Erinnerung, unser Substitutionsansatz, was wir ganz am Anfang benutzt haben, lautete x plus y plus 8 ist gleich u. Die linke Seite werden wir natürlich unverändert übernehmen. Also wir haben dann x plus y plus 8 und statt u schreibe ich dann einfach von oben Tangens x plus c. Und jetzt müssen wir dann entsprechend nach y formen. Das bedeutet, an dieser Stelle bringen wir einmal das x rüber und einmal die 8 mit minus 8. Somit haben wir dann y ist gleich Tangens x plus c minus x und minus 8. Und das ist eigentlich auch das, was die Aufgabenstellung von uns wollte und zwar die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Kann man dann einfach von oben abschreiben. und das ist dann Tangens von x plus c minus x minus 8. Und damit werde die Aufgabenstellung erfüllt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die euch vielleicht weiterhelfen könnten. Ihr habt bereits bei dieser Beispielaufgabe gemerkt, um die Aufgabenstellung zu bewältigen, muss man auch noch andere Verfahren kennen, wie zum Beispiel Differentialgleichung lösen durch drehende Variable oder durch Separation. Außerdem gibt es noch diesen Typ 2, den wir am Anfang erwähnt haben oder die Bernoulli-Differentialgleichung sowie Differentialgleichung lösen durch Variation der Konstanten. In diesem Zusammenhang können natürlich auch Differentialgleichungssysteme mit reellen und komplexen Eigenwerte Sinn machen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr jetzt gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.